Guten Tag YouTube, heute zu einem kurzen, knackigen 19 Uhr Content Video, beziehungsweise man kann es eigentlich nicht mal richtig 19 Uhr Content Video nennen, weil es nicht viel 19 Uhr Content gibt, aber es gibt den einen oder anderen Leak, der heute über den Tag rausgekommen ist, da möchte ich mit euch drüber sprechen und mir die Leaks einfach mal kurz angucken mit euch zusammen, dass ihr einfach Bescheid wisst und dann können wir auch noch mal kurz über die ganzen Ratings sprechen, weil da gibt es wieder ein paar Karten, wir haben jetzt Mittwochabend, morgen Rewards und so, das heißt man sollte vielleicht ein paar Karten loswerden, weil ich glaube das nächste Event könnte auf jeden Fall besser werden als das Radioactive Event und dementsprechend kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dann die Karten wieder ein bisschen günstiger werden, weil wieder mehr Leute Packs öffnen und wir haben da auch ein paar dicke Shop Packs, die auf uns zukommen, deswegen ich will gar nicht mehr euch heiß machen auf das Video, schaut das Video einfach bis zum Ende, lasst gerne ein Like da, wenn ihr diese Videos feiert, folgt mir gerne für mehr und jetzt würde ich sagen, ihr seht es im Hintergrund, wir sind auf Footbin und sehen auch schon den 19 Uhr Content hier oben, es ist ein neues Team of the Week rausgekommen, wow, können wir mal ganz kurz rüberschauen, da gibt es eigentlich nur eine interessante Karte in meinen Augen und das ist nicht Hegeberg, Roadman, Roadman, Roadman ist die Goldkarte schon sehr, sehr OP gewesen, hat jetzt eine 86 bekommen, kann rechter Flügel, linker Flügel, Stürmer spielen, Saka sieht auch interessant aus, ist aber am Ende des Tages auf dem Blatt nicht, also ich glaube der wird auf jeden Fall relativ günstig werden, wenn er schon mit 90k rein startet, aber die Karte hier mit 400k, die wird wahrscheinlich eine Karte sein, die sich über 100k hält zum Glück und der Rest ist Futter, der Rest, Team of the Week, also jede Woche aufs Neue gefühlt, Rest Futter, also kann man sich hier alles mal anschauen, eine 90er-Inform-Karte, die schon Richtung Futter-Wert geht, Toni Kroos wird auch Futter sein, Mats Hummels wird Futter sein, der Bernardo wird Futter sein, Trippier, das wird alles Futter, es wird alles Futter, wahrscheinlich wird sogar Saka Futter, deswegen Team of the Week, in meinen Augen nichts Interessantes, weiß ehrlich gesagt gar nicht bezüglich des Radioactives-Teams, ob es da ein zweites Team gibt, weil ernst war ich der Meinung, es soll ein zweites Team geben, aber jetzt wird halt überall geleakt, dass dieses Dynastie-Players-Event am Freitag kommt und ich kann natürlich jetzt sagen, ja okay, laut Twitter soll das wohl Freitag starten, aber ist das richtig so? Kommt kein zweites Team vom Radioactive-Event? Das wäre natürlich ein Double-Use, weil das Radioactive-Event halt irgendwie vom Content her nicht so nice war bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist halt auch nach dem Black Friday immer ganz schön schwer, da glaube ich die Messlatte hochzuhalten, weil Black Friday jeden Tag kommen krasse Promo-SPCs und Gamble-SPCs und was weiß ich und danach Black Friday so ein Radioactive-Event, wo die Karten an sich ganz cool sind, die sind auch alle was wert, das finde ich hat EA schon ganz gut gemacht, muss man sagen, also wenn ihr euch hier mal die Karten anguckt, die sind alle echt sehr, sehr, sehr teuer, aber es heißt natürlich auch, dass die Packrate relativ schlecht ist und man die irgendwie voll schlecht ziehen kann und das ist natürlich dann wiederum ein bisschen Kacke, wenn selbst hier so ein Wilfried Saar, den ich gezockt habe, den ich übertrieben Kacke finde, selbst der kostet halt 80k fast, mit einem 86er-Rating oder hier ein Schaubo-Schleier kostet auch 120k, Quadiole 107, also sie sind schon relativ teuer, die Karten, weil sie halt auch nicht häufig gezogen werden, aber wegen diesem Chemie-Boost sind halt alle Karten davon spielbar und deswegen kosten die halt alle auch ein bisschen was und das muss man EA Sports lassen, haben sie eigentlich ganz gut gemacht, also ich bin mal gespannt, ob es ein zweites Team geben wird, aber ich glaube, wenn es kein zweites Team gibt, dann ist damit auch jeder fein und am Ende des Tages, glaube ich, ist das neue Event auf jeden Fall wieder was Cooles, werde ich später darauf eingehen, dann können wir nämlich jetzt auch ganz kurz bezüglich des Contents die aktiven SBCs abchecken, da seht ihr es dann nämlich auch, was ich meine mit Toten-Content, es ist ein Frankowski rausgekommen, ist keine schlechte Karte, kostet sogar nur 28k, kriegst du halt relativ easy oder direkt eigentlich auch volle Chemie, also falls du einen Rechtsverteidiger brauchst, besonders auch noch aus der Ligue 1 mitnehmen und sonst ist halt nur die Radioactive Challenge 4 gekommen, es sind auch wieder neue Lightning Rounds, Promo-Sets gekommen, die aber immer weniger geöffnet werden, weil immer mehr Leute verstehen, dass sie vielleicht nicht ins Game reincashen sollten, weil sie am Ende des Tages da meistens eh nichts draus ziehen, das ist schon mal ein W's auf jeden Fall und ansonsten kann man auch darüber sprechen, dass die Thunderstruck Upgrades raus sind bei den Spielern jetzt, also es gab ja ein paar Spieler, die jetzt ihr erstes Upgrade bekommen haben, obwohl, ja doch stimmt, Ronaldinho hat ja zwei Playstyles bekommen, richtig, Rolf hat diesmal glaube ich nichts bekommen, er bekommt ja beim dritten Sieg dann noch ein Upgrade, aber wenn wir mal zu den normalen Thunderstruck runtergehen, Vinicius zum Beispiel, hat ja ein Upgrade bekommen, jetzt zwei Playstyles und da würde er nochmal ein Upgrade bekommen, wenn sie das Spiel gewinnen, bei Namers genau dasselbe, weiter runter, weiter runter, weiter runter, wo sind denn die Karten, die jetzt ein Upgrade, Bernau Silver übrigens F, der wird nichts mehr großartig bekommen, außer ein Upgrade, wenn sie jetzt gegen Aston Villa heute gewinnen oder wenn sie gegen Lutentown gewinnen, dann kriegt er sogar nochmal zwei Playstyles, Azimina, lass mich mal ganz kurz schauen, welche Karte jetzt frischen Upgrade hat, die eignet sich, Frenkie de Jong, genau, stimmt, Frenkie de Jong hat zum Beispiel heute ein Upgrade bekommen, wenn er die SPC gemacht hat oder sie noch machen will, ihr könnt sie sogar noch mitnehmen, ist jetzt eine 89 und er hat sogar, wenn sie gegen Girona und Valencia gewinnen, die Chance auf eine 90, also wer da nicht eine sehr, sehr gute ZM-Karte liegen lassen will, macht den Mann auf jeden Fall, wenn wir weiter runter scrollen, die Frauen spielen erst dieses Wochenende, Varane hatte schon ein Upgrade, Lukaku auch, Depay auch, Gabriel Ressus, der hat sogar den dritten Sieg jetzt schon eingefahren, das heißt, wenn ich es richtig sehe, müsste er eigentlich sein Upgrade auf eine 88 bekommen, hat er aber noch nicht, das ist natürlich schon mal crazy, dass der Bruder einfach ein Upgrade auf eine 88 bekommt, verstehe ich nicht, warum de Jong sein Upgrade hat, aber der nicht, na gut, de Jong und so, die haben am Sonntag gespielt, die haben jetzt erst gestern Abend gespielt, also Gabriel Ressus kriegt noch ein Upgrade, ich hoffe, dass der nochmal ein bisschen im Preis steigt, ich würde euch aber nicht empfehlen, den irgendwie noch einzupacken, haben wir sonst noch eine Karte mit einem ganz frischen Upgrade, ja genau, Campbell, Campbell unter dem Radar, da weiß ich den Preisverlauf gar nicht, den hatte ich mal empfohlen, ja okay, er ist jetzt auch bei 400k, der ist auf jeden Fall gut angezogen, aber der wird danach, glaube ich, eher wieder runtergehen, ich glaube, der wird sich beim alten Preis einpendeln, weil er dann halt keine Upgrades mehr bekommen kann und durch ist, aber krasser Run von Arsenal, da sieht man mal, wie sowas laufen kann, hätte man sich den am Anfang eingepackt, wäre das echt gut gelaufen, Kangin Lee, auf jeden Fall auch eine gute Empfehlung, da brauchen wir auch noch einen Sieg, den geht auf eine 88, würde ich euch auch empfehlen, den Bruder auf jeden Fall mitzunehmen, Bayern hat auch noch die Chancen, zack, zack, ja hier, genau, Klostermann hat ein Upgrade auf eine 86 bekommen, Quadrado hat ein Upgrade auf eine 86 bekommen, dass ihr da Bescheid wisst, die sind beide ein Upgrade hochgegangen und ansonsten, Liverpool auch, stimmt, Gomez, Liverpool hatte erst schwer unentschieden gespielt, der hat jetzt auch ein Upgrade auf eine 86 bekommen, ist dementsprechend auch gestiegen, also checkt mal die Spieler, die ich euch jetzt nenne, ob ihr die im Verein habt, wenn ja, würde ich verkaufen, weil jetzt so beim Upgrade sind die dann immer meistens am höchsten, bevor sie sich dann wieder ein bisschen runter pendeln, aber am Wochenende gehen natürlich auch schon wieder die nächsten Spiele los, beziehungsweise Liverpool spielt sogar heute, das heißt, sie könnten heute sogar einen zweiten Sieg fit machen, aber gerade die Karten, die frisch geupgradet sind, kriegen dann ja erstmal nur zwei neue Playstyles, das heißt, das dauert dann wieder, bis sie geupgradet werden und dementsprechend sind die jetzt noch dieses Wochenende halt nicht so interessant, deswegen würde ich sie erstmal verkaufen und das war es auch, okay, dass wir da auch mal kurz drüber gesprochen haben, weil das ist Trading-technisch ja auf jeden Fall relevant, aber ansonsten ist heute nicht so viel in FIFA passiert, das heißt, wir können jetzt eigentlich dann auch mal rüber gehen auf Twitter und uns da einfach mal reinziehen, was so geleakt wurde, wir haben auf jeden Fall zum Beispiel ein neues Pack, das wahrscheinlich am Sonntag kommt, contains one base or centurions icon player rate in 87 Euro higher, dass ihr Bescheid wisst, am Wochenende können wir wahrscheinlich wieder investieren, zudem, wie gesagt, einen neuen Event, dann hoffentlich zu der neuen SBC, ein base oder centurions icon auscashen, ich hoffe, dass sie die Anforderungen gut machen, dass die SBC ein bisschen Hype bekommt, Adama Traoré soll kommen, ich dachte eigentlich, der kommt heute, aber der wird dann wahrscheinlich morgen kommen, am Donnerstag, weil für Donnerstag ist auch noch kein krasser Content geliefert, deshalb glaube ich, dass Adama Traoré auf jeden Fall am Donnerstag kommen könnte, dann haben wir auch noch den neuen Patch, da muss ich glaube ich jetzt nicht so viel drüber sprechen, also ich persönlich habe nicht so den krassen Unterschied gemerkt, ich bin jetzt aber auch kein Pro-Player, der das so gut beurteilen kann, für mich war das Gameplay heute einfach scheiße so und deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, ich kann euch aber sagen, dass Finesse Schüsse immer noch reingehen und das anscheinend aber diese 71 Tiefe nicht mehr so krass am Pressen ist, also das hat man schon gemerkt, dass man da nicht mehr so krass zugepresst wurde, aber ansonsten habe ich beim Gameplay irgendwie nicht krasse Unterschiede gemerkt, außer dass ich irgendwie heute nicht verteidigen konnte, dann ist die 100k Pack Kompensation raus, für dieses FC Pro Live Objective, vor zwei Wochen ungefähr, wo du den Stream von EA geschaut hast und 1.500 XP bekommen hast und 100k Set, das solltet ihr jetzt haben, wenn nicht, habt ihr es entweder damals schon bekommen, so wie ich persönlich, oder ihr schreibt mal EA Sports, Team of the Week 13 haben wir schon gesprochen, POTM Harry Maguire kommt am Freitag, also steht hier nicht, aber POTM Premier League ist immer am Freitags gekommen, um 14 Uhr glaube ich, das heißt am Freitag könnt ihr euch auf Harry Maguire, das heißt am Freitag könnt ihr euch auf Harry Maguire, das heißt am Freitag könnt ihr euch auf Harry Maguire freuen, der wird glaube ich aber SBC-Futter nicht so viel antun, ich glaube es wird eine sehr sehr günstige POTM-SBC, das heißt ich bleibe bei dem Call, dass man SBC-Futter auf jeden Fall verkaufen sollte, wir schauen uns auch gleich nochmal an, welches SBC-Futter ich speziell meine und hier seht ihr jetzt schon direkt, welches Event ich die ganze Zeit angesprochen habe und zwar Dynesti Players, das ist eine Promo, wo immer der Vater und Sohn zusammenkommt oder Brüder oder so, also Familienmitglieder auf jeden Fall, die zusammen in FIFA sind, kriegen sozusagen eine Special-Karte, in dem Beispiel jetzt kriegt Maldini eine Icon-Special-Karte und sein Sohn kriegt dann eine ganz normale Special-Karte mit diesem geilen Design, das ist auch das offizielle Design, sowohl bei der Icon als auch bei der normalen Promokarte und ich bin mal gespannt, was für Upgrades die da rausbringen, aber allgemein, wenn Icons drin sind, ist halt immer Hype da, deswegen meinte ich auch, dass wahrscheinlich am Wochenende, wenn die Promo kommt, wieder mehr Leute Packs öffnen und mehr Leute auch reinpayen, um diese Spieler zu ziehen und da haben wir hier auch ein Beispiel mit zwei Brüdern, nicht Brüdern, Cousins, sorry, Cousins sind das, deswegen steht hier auch Braut Brunus und Haaland, also hier oben steht es auch nochmal, Haaland und his Cousin, Braut Brunus, Asset to come, during the Nasty Promo, das heißt, ja, es können auch Cousins kommen, einfach Familienmitglieder zusammen, das heißt, es müssen auch keine Icons sein, es können Icons sein, hier hast du zum Beispiel Veron, ich weiß nicht, ob das sein Sohn ist, ich denke schon, ja, Faser und Sonderkomming, das heißt, die beiden kommen auch und ihr seht schon, das könnte ein geiles Event werden, weil sowohl diese Spieler, die man sonst halt nicht so auf dem Schirm hat, eine geile Promokarte bekommen könnten und eine davon ist dann entweder eine Icon oder hier in dem Fall sowas wie Haaland, eine coole Karte, die man schon kennt, in den meisten Fällen, was ich so bisher gesehen habe und dementsprechend könnte das echt abgehen, also hier hat man es auch nochmal zusammengefasst, die Nasty Promo, Cards coming soon, Haaland in des Cousins hatten wir gerade, Veron in des Sonnen hatten wir gerade, Hachi und sein Sohn kommen auch, Maldinio und sein Sohn kommen, Rivaldo und sein Sohn kommen auch, Rivaldinio, Inaki und sein Sohn, Nico Williams kennt man wahrscheinlich auch und Zidane und sein Sohn kommen sogar auch, die anderen hat man leider auch noch nicht geleakt, wir haben hier oben auch noch Bilder, genau hier Zidane, der Torwart, also sein Sohn ist ja Torwart und dann hier diese Zidane-Icon-Cards, natürlich auch crazy, haben wir sonst noch mehr Bilder, genau hier Nico Williams, Inaki Williams auch nochmal als Bilder, könnten auch zwei sehr OP-Spieler werden, die sehr günstig werden, dann haben wir hier oben noch Larsen als Icon und seinen Sohn dann wahrscheinlich, gehe ich mal stark von aus, auch ein cooles Duo und ansonsten gab es keine Spieler mehr, da ist noch was anderes, was ich euch zeigen will, da komme ich gleich drauf zu sprechen, aber erstmal haben wir hier gerade schon rüber gescrollt, New Packs coming, 70x83 plus Pack, 35 Rare Gold-Spieler-Pack und ein Dynastie-Player, dann haben wir noch ein 30 Rare Gold-Spieler-Pack und zwei Dynastie-Players und das 87 plus Base Centurion-Icon-Pack, ich glaube das wird halt ein SBC, das werden halt wie gesagt diese Shop-Packs, wie ich meinte, das heißt wir werden, ja, Freitag dicke Shop-Packs bekommen, wir werden eine geile Promo bekommen, mit diesen Dynastie-Players, dementsprechend werden wir wahrscheinlich auch wieder viele Karten auf dem Markt bekommen, deswegen Donnerstag könnte noch ein bisschen ruhiger sein, weil Rivals, Rewards und so haben nicht mehr so einen krassen Impact wie sonst, dementsprechend können wir uns einfach mal kurz das SBC-Futter anschauen, ich war hier schon auf den Informs, um euch da auch schon mal vorzuwarnen, Informs, dieses 82 plus Team of the Week Player Pick ist jetzt rausgegangen, das heißt Informs waren jetzt schon so bei 25k, die könnten jetzt am Donnerstag sogar noch mal ein bisschen höher gehen, weil dieses 82 plus Team of the Week SBC da, diesen Player Pick ist halt raus, dementsprechend wenn jemand Informs braucht, muss er sie halt jetzt kaufen, das heißt sie sind jetzt so bei 24, 25k, wenn ihr die morgen zwischen 25, 30k verkaufen könnt oder auch am Freitag, wäre das super, aber die letzte Woche war es so, dass am Freitag dann oder die letzten Wochen am Freitag dieser 82 plus Team of the Week Player Pick wieder reingekommen ist, dementsprechend könnte es sein, dass dann spätestens die Team of the Weeks wieder günstiger werden, das heißt wenn ihr die einfach teurer als 24, 25k verkaufen könnt, würde ich meine Team of the Weeks auf jeden Fall verkaufen und würde auch nicht investieren, weil mir das Risiko einfach zu hoch wäre, dass am Freitagabend dann der SBC kommt, falls am Freitagabend diese SBC nicht kommt, dann könnte man glaube ich relativ schnell in Informs rein investieren, weil es werden ja über diese Dynasty Players bestimmt auch geile SBCs kommen, plus Icon Pack und so weiter und da braucht man dann bestimmt auch Informs und wenn wir dann keine Team of the Week Player SBC bekommen, das heißt man kann keine SBCs machen, um Team of the Week zu ziehen, dann wären Team of the Weeks halt wieder gekauft und dementsprechend würden sie dann noch mehr anziehen, also ich bin mal gespannt, was da bis Freitagabend passiert, ich persönlich würde bei 25, 30k ungefähr auscashen, dann würde ich den Profit mitnehmen und dann Freitagabend gucken, ob halt ein SBC rauskommt oder nicht, falls nicht investieren, falls doch, dann bleibt halt alles, dann würde ich halt nicht investieren, die Team of the Weeks einfach außen vor lassen, dann können wir nochmal kurz über das normale Futter sprechen, da gibt es vielleicht auch die eine oder andere Sache zu sagen, weil 83er sind günstig, könnt ihr immer noch investieren, da wird früher oder später eine SBC für kommen, 84er dasselbe, aber ich würde bei beiden übrigens warten, Freitagabend kannst du da wahrscheinlich noch besser snipen und Undercuts setzen und ich habe ja gerade gesagt, dass wahrscheinlich bis Freitag nichts krasses mehr kommt, also Harry Maguire ist eigentlich die einzige SBC, die geleakt ist, der Rest kommt wahrscheinlich erst ab Freitag, das heißt, ja, wahrscheinlich so wie heute Abend, am Mittwochabend wird auch Donnerstagabend nichts großartig an Content kommen, außer Top-Partien und vielleicht irgendein Spielerspc, aber ich gehe mal von nichts krasses aus, deswegen wird wahrscheinlich gerade Low-Rated-Futter am Freitag wieder günstiger, aber auch 86er und gerade 87er, die mit angezogen sind, also 86er sind krass angezogen, wegen der 1er SBC, 87er auch, also wegen dieser 84 mal 3er SBC sind 86er angezogen, dadurch sind mit die 87er auch angezogen und teurer geworden, ja, und 88er, 89er und so sind einfach noch relativ teuer geblieben, weil sie halt selten zu ziehen sind und gerade wegen der Radioactive Promo, die halt von vielen nicht so krass gefeiert wird, werden wenig Packs geöffnet und dementsprechend machen halt trotzdem noch Leute Mbappé und so und brauchen halt High-Rated-Futter, deswegen ist das alles nach Black Friday wieder ein bisschen hochgegangen, aber es ist jetzt nicht krass durch irgendeine besondere SBC gestiegen, das heißt, ich kann mir auch hier vorstellen, dass es am Freitag wieder ein bisschen günstiger wird, aber nicht viel, also ich kann mir nicht vorstellen, dass am Freitag auf einmal alle wieder 89er, 90er, 91er ziehen, wenn ihr nun mal sicher gehen wollt, verkauft ihr das auch, aber was ich auf jeden Fall verkaufen würde, ist 86 Rated und 87 Rated-Futter, weil das halt speziell wegen der SBC angezogen ist, 88er, 89er, 90er, 91er sind wie gesagt, wegen Dorklisch, Mbappé etc. so hoch, weil man das halt einfach braucht, das sind halt einfach viele SBCs, die du da abgeben musst, gerade bei Mbappé und dementsprechend, wenn wenig Leute Packs öffnen, ziehen die halt ein bisschen an, das heißt, wenn Leute wieder viele Packs öffnen, könnten die wieder ein bisschen runter gehen, aber da man 89 plus Futter jetzt eh nicht so häufig zieht, würde ich glaube ich einfach sagen, dass da nicht viel nach unten geht, aber wenn du mal sicher geht, verkauft halt vorher. Gut, und dann beenden wir das Video mit dieser Info, die ich einfach mal in den Raum schmeiße, was ihr davon haltet, weil ich persönlich nicht weiß, ob dieser Leaker real ist oder nicht, dieser Exo FIFA, ich habe von dem noch nicht so viel gehört, habe mal ein bisschen seine Seite gecheckt und habe da jetzt nicht so krasse Leaks oder sowas gefunden, aber er schreibt hier, Exclusive Winter Theme Promo is coming to FC24, should be after Dynasties Promo, official card design, card has animation, kein anderer Leaker hat das geschrieben, könnte sein, dass er einfach der Erste ist und die anderen Leaker nachziehen, dann habt ihr es hier jetzt als erstes gesehen, kann aber auch sein, dass es Scam ist. Ich wollte es einfach nochmal in den Raum stellen, ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, wäre natürlich geil, wenn es wieder eine Winter Promo gibt, habe ich zufälligerweise sogar heute im Stream darüber gesprochen, dass das halt irgendwie auch noch mehr Winter Feeling mitgibt, wenn man halt so eine Winter Promo hätte, so wie damals halt Foodmast. Ich bin mal gespannt, wäre auf jeden Fall cool und ja, damit beende ich das Video jetzt einfach mal an der Stelle, wünsche euch einen wunderschönen Abend, falls ihr das Video am Morgen seht oder am Mittag seht oder so, wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag und wir sehen uns. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Bis dahin, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.